Herzlich Willkommen zum Podcast der Landsmannschaft der Oberschlesier in Rattingen. Unser heutiges Thema ist die aktuelle Sonderausstellung Bewegte Leben – Oberschlesische Persönlichkeiten im Oberschlesischen Landesmuseum in Rattingen. Die Ausstellung geht vom 3. Juli 2021 bis zum 20. Februar 2022. Dr. Frank Meuer von der Stiftung Haus Oberschlesien in Rattingen hat in seinem Vortrag einige der oberschlesischen Protagonisten der Ausstellung vorgestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Ja, wir, das ist schon verschiedentlich erwähnt worden, wollen mit den Persönlichkeiten, die wir hier vorstellen und die wir wieder erinnern, eben natürlich auch an die Spuren erinnern, die Sie in unserer Welt hinterlassen haben. Bei den verschiedensten Vorgesprächen, die man über dieses Thema mit dem Oberschleiter führen kann, kommt oft derseits, also viele von den Namen kenne ich gar nicht. Aber wenn es dann um das geht, woran die Persönlichkeiten beteiligt waren, was sie geschaffen haben, woran sie mitgewirkt haben, dann kommt oft ein großes Aha. Ein klassisches Beispiel dafür ist, dass den Namen Ernst Friedrich Zirner, ich will nicht sagen nur Eingeweihte kennen, aber eine Dumpfüllung wird man schon mal gemacht haben müssen. Aber wenn man einen Ausländer fragt, wenn Sie mir drei Gebäude, die Sie in Deutschland kennen, also da ist eine ziemliche Sicherheit der Kölner Dom dabei. Das Brandenburgator der Kölner Dom, die werden sich wahrscheinlich ein ziemliches Kopf am Kopf bringen, die liefern, was die bekanntesten Gebäude angeht. Das drei ist dann wahrscheinlich das Dorf und das Vorbereitschaft. Persönlich. Also wir erinnern ein Versprungel an Ihr Werk und als solcher auch in den Beitrag, den Sie für unsere Welt bis heute geleistet haben, bei vielen Naturwissenschaftlern, ist es so, dass es dort natürlich häufig im Grundlagenforschung geht und sozusagen Modelle, die unseren Blick auf zum Beispiel die atomare Welt bis heute prägen. Einer unserer Leihgeber, also Horst Schultz-Bötting, der ein großer Experte für den Physiker Otto Stern ist, sagt immer in jedem Gespräch eigentlich ohne Sterne. Es wird keine Mikrowelle, keine Kernspiel-Demographen und alles gar nicht geben. Also das sind natürlich Dinge, die auch unser alltägliches Leben nach wie vor prägen. Gleichwohl bieten diese Biografien, glaube ich, für den Ausschussbesucher, für unsere Gäste noch diese Aspekte, die Anknüpfungspunkte bieten. Ich habe Ihnen einmal einen Vorbild gehabt, der schon angesprochenen, aus Katowice stammenden Physikerin Maria Wilkampen-Meyer, zuvor Maria Böckert, eine Tochter des berühmten Kinderarztes Friedrich Böckert, die Familie hatte lange eine Reflexion zu schlesen. Sie sind dann im jungen Alter, als sie mit dem Vater war, in der Familie nach Rötting gegangen, Maria Wilkampen-Meyer war sehr glücklich. Die Eltern war es klar, sie würde jede Studie machen können, was sie wollte, was allerdings rein praktisch gar nicht so leicht war. Sie musste dann sozusagen das Externe an einer Jugendschule als Abitur machen, hat das Studium in Götting aufgenommen, bei den größten Lehrern der Zeit gelernt, also in ihrer Promotionsgruppe, im Rigorosum, verprimuliert, saßen zwei aktuellen Einspieler mit der Weltpreisträger, von der Zeit, die waren dann drei Weltpreisträger. Max Born, James Frank und Albert Wendels. Also keine Frage, dass sie eine brillante Persönlichkeit waren, eine besannte brillante Physikerin waren. Wir hatten amerikaner John Mayer geheimatet und folgten irgendwann in die Vereinigten Staaten nur der und der Johns Hopkins Universität an den Gazprom zu übernehmen, für sie nichts. Keine berufliche Perspektive. Sie darf dort als Associate Researcher, als Übersetzerin deutschsprachiger Literatur tätig sein, sie darf auch unterrichten, sie darf einfach einen Raum unter dem Dach haben, wo sie auch ihre eigene Forschung machen, aber sie findet eigentlich an keiner Universität eine Anstände, an der ihr Mann angestellt ist. Sozusagen auf einer formalen Ebene, aufgrund von Mikotismus-Regeln, weil kein Familienmitglied eines Angestellten auch beschäftigt sein darf, aber es hätte ja auch mal ihre Jobs bekommen können und schon bleiben zu Hause. Also deswegen dieses Bild ausgewählt ist, man könnte es unter die Unterschrift allein unter Männern stellen. Hier zieht es nochmal etwas deutlicher. Lange-Herr Gottmeier bekommt im Jahr 1963 den Physikbewertpreis als zweite Frau nach Marie Curie in Physik. Nach ihr sind hier nur zwei weitere Frauen gefolgt. Und es hat über 30 Jahre, bis die nächste den Physikbewertpreis gebracht. Und also auf dieser Ebene, auf der Ebene der persönlichen Biografie, bieten solche Lebensgeschichten natürlich Anknüpfungspunkte für unsere Besucher, Besucherinnen in diesem Fall. Es ist eben so, das zeigt, es konnte glücklicherweise auch, Magie-Herr Gottmeier hat sich selbst eigentlich diskriminiert gefühlt, wenn dann als Lehenfrau, wenn dann als Frau, und hat glücklicherweise in den immer wieder Männer getroffen, die sich trotzdem unterstützt haben. Jemand, der sich immer wieder angefühlt hat, sagt, gibt nicht auf, macht weiter. Oder der Herr Dortmunds Linsenbild, Harold Urey, selbst Physiker und Geschehnikern und Weltpreisträger, der sich zum Beispiel während des zweiten Weltkriegs in das Team des Momenten-Projects nach früher. Denn das ist ja völlig klar, alle Wissenschaftler wussten, die flug sie dann. Aber auch unbedingt ist eben auch zurück, dass sie dann letztlich 1963 in Kalifornien-Zentwicklung über erste Professoren kommt, zusammen mit Jürgen. Ich will noch ein paar Reihen vorbeispielen. Dies ist auch schon angesprochen worden, vor allem, ich will in der Graf von Wien und einer der Industrie-Pioniere in Oberschlesien. Die Industriepolitik in Oberschlesien ist im 19. Jahrhundert in gewisser Weise von staatlicher Infrastrukturpolitik angeschlossen worden. Dafür ist Karl Föhn als pfälischer Werbauten, später pfälischer Oberwerbauten, eine zentrale Figur. Ich stelle Ihnen mal eine weitere Figur daneben. Theodor Kornil aus Köhner-Rotter. Wilthau, einer der bedeutenden Vertreter der Berliner Wilthau-Schule, der ganz wunderbar von Plastiken geschaffen hat, der sich aber Zeit seines Lebens auch gewisser Konkurrenz durch andere Wilthauer, sogar durch oberschlesische Wilthauer, aber aus Kisten nämlich ausgesetzt, sah, denen es viel besser gelang, als er öffentliche Denkmalsaufträge zu bekommen. Es ist ihm eigentlich nur an einer einzigen Stelle geübt worden. Und das Denkmal, was er in den 1850er Jahren entwirft, ist dieses, das berühmte Standbild des Karten-Belgen in Königshütte. Und nun sind, darum würde es in dem Bereich 2 auch gehen, eben Denkmäler nicht nur rein künstlerischer Abbildungen, sondern sie sind in gewisser Weise auch der Versuch, eine gemeinsame Erinnerung in einer Gesellschaft zu formulieren. Und als solche sind solche Denkmäler natürlich zu unterschiedlichen Zeiten auch einer unterschiedlichen Bewertung ausgesetzt. Dieses Redendenkmal der Königshütte ist eben nach der Pfeilung der Oberschlesien 1922 von polnischer Seite häufig kritisiert worden, weil es eben doch in gewisser Weise den preußischen Staatsbeamten zum Ausdruck bringt, von dem man sich dann in Achtung einer mit einem polnischen Oberschlesien nicht mehr angemessen unterpräsentiert fühlt. Die Schadung ist beschädigt worden, schließlich abgebaut worden. Dann wird die Zweite Welt, die Annexion der Gebiete, nämlich die Nationalschüsse, und dann wird die Wiedererrichtung des Denkmals in großer propagandistischer Weise reszeniert. Also sieht man auf diese Art und Weise und nach den Zweiten Weltkrieg wird es wieder abgeräumt und eine Nachbildung des Standbildschlässes, glaube ich, seit 2002 an anderer Stelle im Königshütte wieder von einem polnischen Bildhauer nachgestattet. Also an dieser Stelle sieht man, wie sich hier verschiedene Persönlichkeiten unserer Ausstellung, die eigentlich in unterschiedlichen Ausstellungsbereichen vorgestellt werden begegnen, in diesem Fall in einem Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk selbst führt uns in eine gewisse Zeit, in die bewegte Umbruchszeit, nach dem ersten Weltkrieg. Und da habe ich wiederum einen ganz anderen Ausstellungsbereich, der im Zentrum vorgestellt steht. Und ein letztes oder vorletztes Beispiel möchte ich Ihnen noch geben, Herr Staatssekretär, Sie haben Karl-Uliska angesprochen, einer der deutschen Wortführer in der Abstimmungszeit, der nach dem, also eigentlich katholischer Pfarrer, der nach dem ersten Weltkrieg in den oberschlesischen Teil des Zentrums der katholischen Volkspartei aktiv wird und er sollte ja seine Zeitgenossen als unbegründer König rüberschlesiges geben. Und wir stellen den Erwartungen aber auch heutzutage Gottfante vor, der sozusagen das Pondor auf polnischer Seite, also der polnische Pfarrer in gewisser Weise an der Wortführer der polnischen Seite, er bin eigentlich Journalist, Politiker und beide, bei beiden ist es eben so, dass sie eben nach dem ersten Weltkrieg zur Zentralen Persönlichkeit. Dass wir Gottfante hier vorstelle, Herr Dirk-Wort, wäre vielleicht vor einiger Zeit noch eher ungewöhnlich gewesen, aber wir finden, dass es sehr gute Gründe dafür gibt. Ich will diese ganzen Leben, man kann sich ganz leicht die beiden als andere müssen zu verstehen und als Gegenspieler. Sie waren es in einer gewissen Zeit immer auch. Aber man kann es auch anders betrachten. In gewisser Weise liegen hier auch zwei Parallele neben vor. Quarante und Rüsker sind ein Jahr, sind beide 1873 geboren. Es ist die Situation nach dem ersten Weltkrieg, die sie beide jeweils auf ihrer Seite zu politischer Bedeutung führt. Beide erleben eigentlich in einer unmittelbaren Nachkriegszeit in den 20er Jahren, in den frühen 20er Jahren, den Zenit ihres Ansicht, ihrer Macht. Uweska, wie sagt ihr schon, gilt als unbegründet für die Frau Oberschleswitz. Quarante steht in 1922 eigentlich kurz vor der Erinnerung zum polnischen Ministerpräsidenten. Dann treffen sie aber eigentlich beide im Laufe der 20er Jahre auch auf Widerstand in ihrem eigenen Politikbereich. Also, Uweska verliert eigentlich in den 20er Jahren auch vom Einfluss in Zentrum, ist Zentrum in einer anderen Richtung. Quarante gerät in entscheidendem Widerspruch zur Warschau-Regierung. Das politische Regie, das Galatia-Regie, ist ihm durchaus nicht wohlgesonnen. Er setzt sich Korruptionsvorwürfen, ausländische Zettel. Uweska wird mit der Ergreifung der Macht durch den Nationalsozialismus in der sogenannten Macht der Karakter. Er hat politisch natürlich kaltgestellt, er wird beobachtet von der Gestapo, der Parteikarte des Staatsanwaltes in Oppenheim, führte dort als schärfster Gegner des Nationalsozialismus. Er ist also politisch nicht weiter aktiv, kann es nicht sein, aber doch sehr wohl weiter aktiv. Herr Kaiser hatte es angesprochen, Sie werden in unserer Ausstellung einige Dokumente finden, in denen er sich für die Familie Schlesinger einsetzt. Briefe, die er an einen brasilianischen Bischof richtet, um den beiden Mutter und Käthe Schlesinger ein Visum zu besorgen, ein Ausweis, zwei jüdische Landwürmer aus Rachebraten. Und diese Briefe haben wir aus dem Archiv der Konrad-Abenauer-Stiftung und aus dem Archiv für demokratische Politik als Laik ankommen. Ich bin sehr froh, sehr froh bin ich auch darüber, dass man mit den modernen Datenbanken sozusagen das Schicksal dieser Familie nachvollziehen kann. Und es ist tatsächlich gelungen, dass Lothar und Käthe Schlesinger im August 1939 auf zwei Atlantikkreuzern, einmal auf dem Capacona und einmal auf einem anderen Schiff, tatsächlich August und September 1939 in Brasilien war die letzte Fahrt der Capacona, wie solche Transfertfamilien. Ja, also Ulis kam politisch heiligestellt, aber auch bei Konfrontis ist es ganz ähnlich, er wird sozusagen vor Gericht gestellt und es ist teurig aus sein und er fühlt sich dermaßen, in seiner Situation dermaßen verkehrt, dass er schließlich nicht nur Schlesinger, sondern auch Polen verlässt werden, mit den Sexilien schenkt, wie der Fall. Und auch Ulis kam in 1939 von der NSDAP, von der Staatsgewalt, aus Schlesien aus. Also es gibt eigentlich eine Reihe von Punkten, die es ermöglichen, diese beiden Leben auch als parallele Leben zu befreien. Und deswegen, so hoffen wir auf diese Weise, ein Netz von Bezügen der Personen untereinander aufzubauen, die es jenseits des eigentlichen Wirkens der Personen ermöglicht, unseren Gästen weitere, man wird sagen, erkenntnisgesehende Angriffungspunkte, auch Berührungspunkte sozusagen zu einer Verwertheitsbereich angesprochenen Reihe von Persönlichkeiten sind sie in ihrem Leben damit konfrontiert worden, dass sie ihre Heimat verlassen haben, freiwillig oder unfreiwillig. Auch dies, hier finden wir also in der Ausführung ein Beispiel für die gesamte Palette, auch dies ist natürlich ein Punkt, der verhältnete Besucher ab ganz neu in der Höhepern dieses Hauses Angriffungspunkte sein kann. In einer Fluchterfahrung kann jedes Umbruch den Neuanfang immer mehr Konflikt verarbeitet werden. Zu Schluss, oder nicht ganz zu Schluss, trotzdem ganz so wichtig, ist uns, dass es nicht nach diesen 30 Persönlichkeiten keine abgeschlossenen Kanon hatten wird. Selbstverständlich werden wir Besucher haben, die sagen, warum habt ihr denn den nicht aufgenommen oder die? Oder auch, da bin ich mir auch recht sicher, wieso habt ihr denn den aufgenommen? weniger die. Wir wissen, dass es kein abgeschlossener Kanon ist und wir fordern unsere Besucher ganz ausdrücklich auf, uns ihre Bedanken zur Ausstellung mitzuteilen. gibt es bestimmte dieser Persönlichkeiten, mit denen Sie aus Ihrem Leben bestimmte Erfahrungen verkaufen. Eine unserer Hauptgleichheit für den Bereich die Kuhse, Hildegard Markmann, die in Esche, der einen von der Kuppenstube befreit, hat ihre Sammelleidenschaft, die Kuhse-Kuppen eben, die Kuhse-Kuppen eben genau, mit einer persönlichen Erfahrung, dass sie nämlich sozusagen der Fluch zu einer Kuppe fand oder verloren, das musste ich nochmal genauer nicht fragen. Aber jedenfalls war das ja der Anfang für Sie, sich mit den Punkt zu fassen. Ich hätte mir vorgestellt, dass es da eine Reihe wäre. Mit dem würden Sie gerne ein Gier trinken, den würden Sie gerne niemals treffen, all das können Sie uns super gerne uteilen und uns natürlich Fortschläge machen, welche Persönlichkeiten fehlen. Wir würden das gerne, diese Geschichten teilen, möglicherweise die auch schon einbauen, die sowohl die elektronischen Medien als auch die Archivkesten geben uns dafür die Möglichkeit. Manchmal wird einem lieb ins Internet auch man richtig lieb mit dem, was man tut. Ich weiß nicht, ob heute schon jemand bei Google eine Suche gestartet hat. Und das ist ein sogenanntes Doodle. Und zeigt dort Ludwig Grütten, der schon angesprochen worden ist in unserer Ausstellung. Heute ist der 3. Juli. Heute vor 122 Jahren wurde Ludwig Grütten in Toslober, Schlesien, geboren. Und Doodle widmet ihm als Vater der Paralympischen Spiele dieses publikumsträchtige Eingangssiedel. Also ganz falsch liegen wir möglicherweise in unserer Auswahl der Persönlichkeiten nicht. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir laden Sie herzlich zum nächsten Mal ein. Bitte lesen Sie sich die Informationen zum Video durch. S fortschreiten, 어차피